Willkommen zurück, was jetzt? Bei mir ist immer noch Firsty. Ja, Firsty. Ja. Sag an. Ja. Zündschnur oder das dritte Rad? Nimm Zündschnur. Müssen wir eh alles machen, von daher. Ja. Jeder gewinnt. So. Okay. Man kann sich das einfach oder schwierig machen. Auf jeden Fall gewinnt jeder. Nach neuen Online-Umfragen. Aber manche gewinnen mehr als andere. Der ist der statistische, fantastische Schildermaler. WTF, was muss ich tun? Einfach nach oben bauen. Ich darf nur teilen. Ich habe eine bestimmte Zeit hochzubauen, bis hier alle Guss sterben. Und ich muss diese Monddinger hier, mindestens 10 Stück davon, reinkriegen. Und dafür muss ich die aufwecken, indem ich da hinbaue und da oben ans Rohr komme. Wenn wir schon dabei sind, holen wir gleich direkt da hinten noch mehr. Ja. Der anständige Bauer hier. Ohne noch mehr. Ja, dann hole ich mir auch noch. Nein. Turmfeld. Nein, 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 nein. Alles da hochbauen. Nein, 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 nein. Auf umzufallen. Scheiß Ding. Okay, komm ich nicht mehr hoch. Aber ich habe es geschafft. Da kommt auch schon der Zündfaden. Alle fallen hoch. Du schaffst. So. Nächstes Level. Ich bin wieder ein bisschen leise. Oberer Schacht oder das dritte Rad? Oberer Schacht. Oberer Schacht. Klegischer Abbruch. Die Mauer sehen schwach aus. Vielleicht bin ich einfach zu fit. Ich bin stark und durchtrainiert. 35 Minuten Kreislauf-Training. Dann Oberkörper. Dann Bauchmuskeln. Echt heiß hier. Vor allem dort unten. Gut, dass es in der Nähe keinen Sprengstoff gibt. Sehr schön, der Maler. Ich denke, dass es in der Nähe keinen Sprengstoff gibt. Und da ist eine Säge. Und da ist das Rohr. Und da sind Gruß, die ich darüber bringen muss. Ich denke, ich denke, geh mal rauf. Vielleicht, keine Ahnung, was die das Teile... Warte, 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 warte. Geht doch mal alle weg. Ihr seid solche Vögel. Ich hasse es so jetzt. Fail! Jetzt hätte das hier wegspringen. Das ist die Zündschnur. Dann springt das in die Luft. Ich versuche es, so weit wie möglich runterzuhängen. Bis sich das entzündet. Ja, wie soll ich das weiter runterhängen lassen, ohne das... Keine Ahnung. Ich kann ja auch nicht daran vorbei, dass es... Ich will doch ein Fangnetz oder sowas aufbauen. Die können ja eigentlich an Wände kleben, die Teile hier. Was soll ich machen, das scheint richtig zu sein. Ah. Moment, geh hin. Fuck. Wie geht das? Das muss ja weiter runterhängen. Hm. Moment mal, das hängt da ran, das hängt da ran, das geht da ran. Wow. Noch ein Stückchen. Ganz klar, das wissen wir auch. Ja, doch, ich will auch. Nein, da ist ein Kuh runtergefallen. Oh, das ist tot. Das ist tot. Nein, das ist tot. Einen bräuchte ich denn so. Aber du musst auch gucken, dass die Bombe hier so auf der Ebene ist, dass die Wände wegspringt. Ah, fuck, ey. Ey, das ist doch schon da voll im Feuer. Das ist echt schon voll im Feuer. Das ist echt schon voll im Feuer. Das musst du eigentlich gucken. Ich dachte mir auch gerade. Das ist echt unfassend. Das ist richtig. Epic fail. So. So. Plopp. Wo ist denn der eine Gouje jetzt schon wieder? Das ist egal. Na hoch, kommt hoch, kommt hoch, kommt hoch. Und runter. Mehr Guss. Warm, warm, warm. Vielleicht bin ich unten. Ach fuck. Nein, schon wieder. Das ist jetzt schon mal da. Hänge das weiter runter. Muss es ja gehen. Das muss ja irgendwie nach unten jetzt kommen. Kleine Zündschnur. Endlich. Hat ja ewig gedauert. Jetzt kann ich versuchen hier mit rüber zu bauen. Ich glaube das rüber bauen wird noch schwerer. Ja, jetzt wirst du hier wahrscheinlich fail. Ich muss wenigstens... Fail. Es hält noch. Es hält noch. Naja, dachte ich mir auch gerade. Oh, sieht schabend aus. Nein. Nein. Oh nein. WTF. Oh. Ja guck mal wie das hier runter geht. Alle tot. Oh nein. Das war so fail. Ich hänge schon die ganze Zeit in diesem Level. Mhm. Du könntest ja auch überspringen. Kannst du. Aber ich will das nicht nochmal eben schnell schaffen. Eben schnell. In einer Minute. Warum eine Minute? Ich habe keine Ahnung. Weil ich nicht recht ziehen kann. Kannst du echt nicht. Kitty in der Span... Ahahaha. So. Übrigens habe ich mich dafür bezahlt, dass er hier mitmunter macht. Mhm. Geld regiert die Welt. Ja, genau. Lala. Bäm. Tja. Kommt da noch was? Ja, da ist noch einer. Ja. Und nochmal. Weil's so schön war. Jetzt versuch's gleich dann unten mit dem schwarzen Teil mit dem... Nimm da gleich die Guus von oben. Sonst passierte das nochmal. Das war aber irgendwie schon voll klar, dass du jetzt hier mit dem am letzten Ding noch failst. Ja, das war mir auch. Ja. Woaaaah. So. Lalalala. Ich baue mal was aus dem grünen, wenn ich die schon zur Verfügung habe noch. Mhm. Wollte eine riesige Stütze. Nach oben. Ich nehm mal mehr mit. Ah, kann ich gar nicht. So. Äh. Da auch hin. Mehr Guus-Bälle. So. Ich wohne das hier mal aus dem Licht, dass es gleich wieder runter nach unten kippt. Ja. Ach, da ist ne Wand. Ich hab mich schon gewundert. Hm. Über den Abrund, ohne dass es in Flammen aufgeht. Es bewegt sich. Bau schnell rüber. Nein. So. Ich hoffe sie sterben, nicht die Arme liegen geblieben. What the? Ah, es hält da oben noch. Nein. Woom. Ich lass lieber zurück. Nein. Ich freu mich warum das da hinten nachgegeben hat. Hä? So einfach mal stumpfen Kopfschlag, ey. Kopfüberrad hier. Boah, das ist seltsam. Warum macht das ein Kopfüberrad? Boah, das ist echt seltsam. Ich versteh's nicht. Und hier platzen sie über dem Kreis wegen Teilen oder so. Ich versteh's nicht. Wie soll das gehen? Das ist schwer. Machen wir das hier. Ja. Jetzt haben wir einen ganzen Partat verschwendet. 15 Minuten oder so haben wir da gehangen. Ja, ist aber auch komisch. Wie soll das gehen? Eine furchtbare neue Art von Gubeln. Die schlimmste von allen. Wir sind sehr selten und deshalb recht einsam. Und an der Stelle cutte ich.